Meine kurze Frage an dich, weil ich mir denke, Fragen sind eigentlich viel wichtiger als lange Erklärungen. Was glaubst du, wenn Politiker etwas anders entscheiden, als du es selbst für richtig hältst, sind sie dann dumm? Und du denkst sie vielleicht insgeheim noch, schau an, so dumm sind die. Genau genommen müsste ja eigentlich ich Bundeskanzler sein, weil ich weiß das ja besser als die. Und nicht nur das, sondern vieles mehr. Und wenn du sie für dumm hältst, verzeihst du ihnen das? Oder würdest du ihnen das eher verzeihen, als wenn du wüsstest, ein bisschen dumm sind sie schon? Vielleicht. Aber vielleicht wirtschaften sie auch nur in die eigene Tasche. Könntest du dir was vorstellen? Und dann die letzte Frage zu dem Thema. Würdest du das auch verzeihen? Was würdest du leichter verzeihen? Wenn du feststellst, sie haben sie nur geirrt, weil sie nicht besonders helle sind. Oder wenn du feststellst, sie ziehen dich einfach über den Tisch. Und machen dann vielleicht auch doof.